Ich hab da oben vergessen einen Blade-Block abzubauen. Scheiß drauf. Ist das nicht mehr symmetrisch oder was? Ja, wirklich. Oh ja. Oh Gott. Im Übrigen ist Tobi, der Anja hatte wieder Unsymmetrie gebaut. Ja, aber der Tobi hat es heute Morgen nicht gefunden. Er hat es mir schon gezeigt. Ach, hast du extra gesucht? Ja, aber ich habe es nicht gefunden. Ja, hat keiner gefunden außer dir. Dass du es findest, war natürlich wieder klar. Also in unserer normalen Welt haben wir ein unsymmetrisches Haus gebaut. Und dafür wurden wir schon bestraft. Äh, ja, zwei Brotten Fleisch und normales Fleisch. Ey, diese Leertasse, sie geht mir so auf den Sack. Dann kaufst du eine andere Tastatur. Warte einfach mal vor uns und dann sagen wir es dir. Ja, du kannst auch schnell vorgehen und mich dann wieder filmen, wie ich versage. Hier drin würdest du... Doch, du kannst innen auch drum herum springen. Ja, genau. Sicher. Ihr könnt einfach gar nichts beim springen, oder? Oh, ich habe jetzt ein Screenshot gemacht. Gib mir mal bitte noch was zu essen, Jakob. Wenn ich jetzt runterfall, bin ich tot. Ja, dann komm halt her. Ja, ja. Ich leg dir hier was hin. Das ist wie verarschen. Wohl. Ich bin zu doof. Entweder die Leertasse geht nicht oder ich sprinten. Leg dir da unten was hin. Ich glaube, es liegt am Anwender. Absolut. Und das leg ich dir auch noch hin. Das kannst du auch essen. Das heißt auf jeden Fall 0,5... Nein. Warte. Haha. Jetzt musst du eigentlich laufen. Wenn du runtergefallen bist. Na. Deine Mutter... Natürlich läufst du noch mal. Nein, meine Mutter läuft nicht. Er springt? Was? Ich? Ne, du. Ja. Ich merke, aber ich bin scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Wieso schlägst du mich? Was muss ich denn jetzt hier außen machen? Ach, du hast gelebt. Ja, nicht viel. Nein. Alter. Du kannst auch Rottenfleisch essen. Will ich aber nicht. Voll eklig. Achja, dann sind wir jetzt oberhalb der Leiter. Achso. Ja. Ich bin da außen runtergefallen. Wie komm ich da wieder hoch? Hä, wo denn? Oh Mann, Andi. Teleportier dich halt schon wieder. Ja, du musst die echt porten. Ja. Ah, ich hab vielleicht ne Möglichkeit gefunden. Halt dich für ein Gerücht. Nein, ich hab keine Möglichkeit gefunden, wie ich da wieder hochkomme. So. Oh. Um Gottes willen. Ne, ich muss mich echt kurz porten. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. So, was mach ich ja sonst nicht. Nein. Soll ich einfach mit euch mitlaufen? Ja. Ja. Oh Mann. Nein. Aber nur dieses eine Mal. Okay. Das ist ja kräftiger Motiv. Nee, das sieht ja erst so gleich aus. Aber wir stehen da schon mal? Machen wir da hinten schon mal? Sind wir über so ne Kumstelle? Ja, sind wir. Ja, sind wir. Ja, sind wir. Was ist denn hier? Press Pass aus. Milby Kailed. Officials Only. Ja, okay, wir sind voll official. Paragate Tower. Da gehts runter. Ah, du bist so. Ich bin der Arsch. Jawoll. Du bist der Kontakt. Ja, weil du mich runtergeschlagen hast. Echt? Ja, natürlich. Jetzt gibt's gleich wieder. Und ich kann mich grad irgendwie nicht zu euch porten. Irgendwelche sinnlosen Blöcke, die wir immer noch nicht ganz verstanden haben. Ich will enter the gate under given explicit permissions. Ja, okay. Warum die da sind und... Boah, ja. Hier kann man sich wieder loo... Zusammen... Also hier... Und jetzt sagt der Ande noch ein bisschen was vor. Kann ich wieder was haben? Ja. Readnote 39 und 40. Das mach ich doch mal gerade. Ich fang mit der 39 an. Okay. Kein Netzwerk. Wie viel scheiß Schwert hast du eigentlich mitgenommen? Dann kann ich hier ein bisschen chillen. Man, man, man schweige. Man tut es. Diary entry by Queen Warren. Written 3 days ago. While observing the extensive damage done to Little Forth and handing out delicious amounts of cake while the king was absent, of course. A courier from the castle came screaming up to the entrance of the facility. This eye searched for a person of importance to give an obviously urgent message. I walked up to the breath lift boy who upon recognizing my image stated that one of the castle servants spotted a man and what seemed to be an unconscious child crossing the bridge to Paragetown. I was first struck by confusion as the possibilities of what might be occurring had no struck me. It was only when the courier emphasized the words the child that I realized what horrors were taking place. I immediately rushed to the courier up the stairs of Little Forth to inform the king. I then rounded up all of my servants and sprinted back to the castle. It seemed like hours passed before we made it into Paraget Tower. Such obstacles as iron gates and missing sections of letters delayed us immensely. So unsurprisingly by the time I was able to get down the dangerously deep interior of the tower. It was too late. There was only a single man crumpled on the floor with tears on his face in a diamond pickaxe in his hand. I looked over the creature in disgust as he repeated the words, you're welcome, again and again. I almost failed to notice that the Paraget was completely destroyed, along with many of the elements and essential wirings that surrounded it. It's truly unfortunate that I didn't notice, because if I hadn't, he might have lived. Also, there's still one spot, and I'm not dead. Yeah, now comes note 40. And another one. A diary entry by King Dryden, written three days ago. From what I've been told, an innocent child has been thrown into the terrible, death and lonely, dangerous world, occupied by the deadliest of creatures. The man who is responsible for this is a crazed lunatic, who is apparently completely ignorant of what truly resides within the game. Child. If you are reading this, if you ever read this, just know that we are working to save you. It may take years to replicate a game that is exactly the same as the one your father ravaged. So, until we are successful, all you can do is run and survive. That's it. There are no more words I can give you. Just please, run and survive. Cool, I get the back again. Yeah, but not short. Ich starte noch eine Rüstung. Ton brauche ich jetzt nicht. Schwarzpulver auch nicht. Oh, doch, brauchst du. Gib mir mal noch eine Rüstung. So, das reicht. Na, ist gut. Mehr will nicht gleich. Ja, reicht, will ich wieder Fackeln mitnehmen oder so? Nö, nö. Was wollen wir machen? Äh, ja genau. Devil complete. Okay, okay. Haben wir... Ach so, habt ihr eine Diamond Pickaxe gefunden? Nein. Du? Ne, hab ich nicht. Hätten wir eine finden sollen. Äh, stopp, stopp. Da steht, run and survive. Brauchen wir eine Diamond Pickaxe, dann müssen wir die noch finden. Ist die da unten? Nochmal zurück. Zumindest dachte ich so. Lest das auch ein Rätsel oder so? Warte, ich lese es nochmal kurz durch. Aber ich glaube, ich hatte das so verstanden. Oh, wahrscheinlich irgendwas von... Äh, genau. Blöcken hier. Genau. There was only a single man crumpled on the floor with tears on his face and a diamond pickaxe in hand. Träuchte sich ja mal an. Vielleicht braucht man da irgendwelche, äh, Redstone. Vielleicht muss man da einfach diesen Schaltkreis auf vorstellen. Ja, ich will noch ein Redstone. Ja, genau. Aber nicht nur einer. Oder? Ja, aber einer um, um das zu verbinden mit der Truhe. Stimmt. Das bringt er nicht eigentlich. Lotus, do not alter or disturb these Elements. Hä? Wir haben ja kein Redstone. Was war denn in der Kiste? Das Zeug habe ich zugeholfen schon alles. Ja, aber, aber hat er nicht an dir jemand mitgenommen? Was? Na, davon stand nichts drin. Ich habe kein Wort verstanden. Da stand ja nichts drin, dass er sie, äh, nicht mitgenommen hat. Ja. Clay gibts ja auch keinen, ne? Mhm. Ja, dann lass uns einfach weitergehen. Ja, wird schon passen. Also hier auf dem Schild steht, run and survive. That's all I can do. Ja, dann machen wir das doch mal. Das können wir ja. Brennen und überleben, das kann man. Ja. Ah, ist vorbei. Read note 41. Ja, ist klar. Ah, das ist fertig, oder wie? Das sieht so aus, oder? Das sieht so aus, oder? Story explained. The government of this land, known as the Supremacy, created a gate to another dimension. One that reflected this one almost exactly. There were only two changes made to the reflected world. All human life was removed and somehow, perhaps by some sort of accident, deformed and horribly aggressive creatures were added. Your father, who was a government employee, received a memo above the newly created gate, but was not informed about what evil resided there as it had not yet been discovered. Being extremely fond of his child and scornful of the government he worked for, he decided that it would be best if he put you through the gate to live a carefree and undisturbed life. He succeeded and even managed to deliver you back to your bed in Raylord Tower. Once your father exited the portal, he fell to the floor in a crazed state of happiness. Eintreffen auf und ich bin tot. This is when he was discouraged and murdered by Greenberg. The story began when he awoke in Raylord Tower, completely unaware that he had been thrown into another dimension. forever after fighting away hearts of and monsters and exploring the undisturably empty world, it did not take long for you to figure it out. What the fuck? Wo hat die TNT her? Oh ja. Du sollst noch nie Note 42 vorlesen. Nein. Also ich hab 12. Nein, ich lese noch Note 42 vor. Ja, nur für die Gold... Ja, das ist nur für die... Wo die Goldflöcke sind. Ah, ja. Gold chest locations in New York City. Ja, das ist gar nicht unbedingt. Ich hab 12. Ich hab 12. Ich hab gar keinen. Ich hatte vorhin mal 5. Willst du die haben? Map created by RyanJob. Hier drauf der Schieß. Story written by RyanJob. Youtube Channel. Search for actionguys87. Produced in 2011 and 12. Finished on February 29. Paragate Tower. Hat jemand nen Button? Und jetzt muss ich erst noch hier alles auffüllen. Nee. Auf jeden Fall. Hier fliegt gleich alles in die Luft. weil ich weiß gar nicht was ich dieses schwert haben sollte ja ich habe nicht alles verstanden ja also das war es oder liebt das also vielleicht bist du schon aus dann nehmt gleich noch mal neu auf würde ich mal sagen was jetzt noch ein bisschen meinen sie machen wir jetzt ja meinen sie ja schon kann jetzt auch noch ist ja auch schon länger her dass das gespielt werden ja nicht jemals andere ende achst du schon oder wie ist man hier so dann halt an die wir wollen hier zuschauen nicht töten wir hier noch ein bisschen was wir wollen hier zuschauen noch mal mein game und wieder aus dass ich auch gar nicht wo uns zukommt trotzdem stirbst du lalala garst dich auch ob jetzt garst du gehören ja bringt euch gegenseitig um also das sollte reichen ja ich hab noch zwei tnt blöcke abgebaut die müssen wieder was ich ja da draußen sind also wegen mir kann man ja wegen mir auch ich muss ja würde ich ja nicht schau doch nicht alles in die aus dem game und dafür raus werden drauf drücken drauf drücken links oder rechts klicken ich kann es auch so setzen ja links klick ist ein fehl damals kaputt also rechts klick jawohl eindeckung vor dem holen wenn er jetzt nicht kommt ich würde so lachen wir bluten ab ja also vielen dank fürs zuschauen ich würde sagen diesen schönen bildern beenden wir mal dieses let's play vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs aufnehmen ich habe aufgenommen habe ich gern gemacht habe ich gern gemacht ja und und bis dann ciao